und da sind wir wieder bei Minecraft weiter geht es da wo wir genau letzte Folge aufgehört haben das einfach gesplittert die Folge ist viel einfacher ich weiß echt nicht ob die so laut ist oder nicht egal ihr werdet das überleben wenn nicht ist auch egal seid nur ihr ich mach da eh ein Fehler warte mal 9 ja es ist ein Fehler eindeutig sage schon jetzt zwar hier brauche ich ein hier brauche ich einen schwarzen habe ich aber auch kein sagen ich darf nicht alle reinlegen ich muss mir von jedem was ich hier reinlege einbehalten mal sortieren schwarz rot einbehalten grün braun blau das hier das hier das hier so grün da habe ich kein grün oder was bin ich doof ach Meno hier ist einer der Haarweist hat hier schon so weiß schwarz rot grün bei der und haare Hier darf... Achso, hier muss ich in selber rein. Hier, Whitelist, da darf nur noch rein der, 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 der hier, der hier, der hier, das, das und das. Mehr darf hier nicht rein. Mehr soll hier nicht rein dürfen. Der Rest soll eben ins ME-System gehen. Zack, zack. Dann zieht er den ganzen Schotter hier raus, normalerweise. Oder auch nicht, nein, hier muss er dann Servo rein, zack. Und auf Low stellen und jetzt zieht das raus. Und die Setzlinge müsste er dann theoretisch gleich wieder hier drauf machen. Aber warum erntet der hier irgendwie nicht? Boah, ein bisschen länger wahrscheinlich. Oh, und dann müssen wir hier noch eine Kiste machen. Die stellen wir hier daneben hin. Wo die Setzlinge reinkommen und die wir bereits verwendet haben. Und hier noch eine Kiste, wo wir dann die Setzlinge reinkommen und die wir noch nicht verwendet haben. Ist ja ganz logisch, oder? So. Ich hoffe, das waren alles Sitzlinge. Ich weiß kaum nicht. Hier ist Sludge voll. Und hier müsste er dann auch die platziert haben. Ne, die sind hier. Schwarz. Warum pflanzt er die jetzt nicht an? Ist hier alles voll, oder wie sehe ich das? Ne, eigentlich nicht. Hm. Ich verstehe warum da nichts tut. Schwarz. Ich verstehe. Ich verstehe was. Schwarz. 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 rausholen zu machen hier müssen wir irgendwo den abgang lassen am besten hier die zweite blöcke können da auch weg hier noch einen hin machen hier ist ja auch weg das war und denke ich auch keiner hier da ist ja noch kein strand beginnender starte erst unbeginnender so zack zack genau und hier können wir dann noch ein bisschen so machen damit es ein bisschen besser aussieht so naja sieht ja schon viel besser aus als ich vor zwei jahre fertig ja genau die geht das ganze holz und das muss eigentlich dann alles hier landen der kiste das muss man dann importieren was er dann hier für eine setzlinge ok die können nicht dazu aber egal wir sagen was der quasi zack kiste ist leer und der sortiert das gleiche rein und das hat eigentlich normalerweise nicht viel was reinkommen aber mal gucken das soll ja nie vorherig sein black sap mit der 15 hinter 15 warum man die jetzt nicht pflanzt weiß ich nicht kann ich euch nicht verstehen normalerweise müsst ihr die pflanzen energie hat da custom stack on auf gibt es was damit zu tun ne ich denke mal er wird das schon irgendwie machen das macht es mir egal was macht denn der hier was macht denn der hier hat so muss ich abgüttelstausch so so das ist natürlich nicht gerade das wahre der darf hier auf der Seite nichts pflanzen nach so hat er hier gepflanzt wo er nicht pflanzen dürfte außer die nach hinten natürlich aber der dürfte eigentlich egal sein den wir da schon mitnehmen wenn wir hier ein paar pflanzen so wurden auch noch ein guter schneiden gewisse der tour hatte dann nicht gerade hoch wir plant ja auch nicht wirklich aber auch nicht wirklich verstehe ich das nicht mal hier ein bisschen anpflanzt so behandelt rote noch zwischendurch blaue rote noch er macht ja wohl immer zwischendurch was aber nicht so wirklich meine meine nach na egal vielleicht braucht er einfach ein bisschen Zeit lassen wir in die Zeit so bekommen wir auch Holz schön ich glaube das jetzt liegt halt an der Größe dass das alles so groß ist jetzt sollt ihr da vielleicht auch ein paar kleinere Abgräts reinklatschen Pflanze halt weniger an aber egal mal gucken was wir da haben Upgrades zum erstmal gucken wie wir das ganze da laufen lassen ob das alles in Ordnung ist oder nicht das sehen wir dann um Upgrades und zwar wo sind die da dann nehmen wir mal jetzt einmal den Diamant haben wir dann nehmen wir halt Gold dann nehmen wir zwei gleich große mittlerweile mal gucken das mal dann alles anpassen oder wir lassen das echt mal und schauen mal was da wird was sie dir hat den jetzt genommen ich pack die mal in die Kiste einfach in irgendeine Kiste die können wir abreißen na komm ich pack die mal in die Kiste hier erst da haben wir noch theoretisch Bodenmehl das können wir auch nochmal verarbeiten ein paar Bäume äh in die Luft wachsen lassen na was liegt denn da jetzt rum ein paar weiße haben wir nicht viele von diesem haben wir noch nicht viele Blau zion blau so aber abbauen das trotzdem ich keine Ahnung was der hat warum der es so lange war der hat irgendwas passt da nicht meiner Meinung nach sind auch keine Fehler in Server anpflanzen naja es geht so halbwegs nicht wirklich aber ok die ist dasselbe also müsste er theoretisch anpflanzen hm ah jetzt hat er einen angepflanzt oder nicht ja doch wahrscheinlich braucht er nur immer ein bisschen länger sieht der aus wie ein Urwald eins ja wir könnten mal ne es hat keinen Wert lassen wir es einfach mal laufen tun wir nicht so auf schnell schnell sondern einfach mal laufen lassen äh da ist nichts interessantes drin hier pflanzt er wieder grüner an das wird es schon werden was ich mir die Bäume erreichen will ganz einfach die Bäume haben alle Farben und die kann man ganz normal wenn man hier schaut als Farbstoff nehmen zum Beispiel hier kann man dann einfärben Bolle einfärben für den Color Dings also die kann man ganz normal als Farbstoff nehmen sparen wir aus dem Farbstoff deswegen will ich die Bolle mit haben das ME-System war eigentlich für ganz was anders geplant aber ok werden wir auch überleben das war geplant eigentlich ursprünglich hierfür für die Wand das wollte ich ein ME-System rein tun aber ok brauchen wir auch nicht wir werden noch was vorbereiten für die nächste Folge dann wird ich schon Schluss sein und zwar werden wir folgendes vorbereiten wir brauchen noch äh vom Big Reaktor ist da noch ein paar Sachen und zwar brauchen wir Reaktor Casing also wir haben noch Reaktor Glas haben wir noch aber gut zu erliegen brauchen wir das überhaupt nicht wir brauchen wir das hier Reaktor Casing Grafit brauchen wir da Grafit bekommen wir Grafit, 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 Wah Wie ist denn das gegangen? Ah, Kohle schmelzen, ok 1, 2, 3, 4 Ähm Schmelzen, Wah Achtung, ich geh mal zu Fuß hin, dann geht's schneller damit wir das in der Folge noch vorbereiten können so das geht ab wie die Luzi, ey hier kommt's und dann, achso, hier haben wir noch mal Kohle haben wir noch mit rein und das Grafit können wir dann wie war denn das? mit weiterverarbeitender ich weiß das gar nicht mehr achso, das bekommen wir eh schon fix und fertig hier äh, ich weiß gar nicht wieviel wir brauchen aber ja, soviel wird sich rausgehen na, noch ein bisschen so jetzt wird's aber schwierig wir müssen jetzt achso ne, noch etwas brauchen wir noch etwas brauchen wir die noch wir brauchen noch hier von 1, 2, 3, 4 5 ich glaub fünf haben, oder? fünfmal hier oben, ich glaub fünf haben, ja mir nicht so egal so, aber das haben wir dann den nächsten vor, wir machen, so wir werden nämlich hier den Raktor vergrößern aber das machen wir in der nächsten Folge ich weiß nicht wie lange die Folge geworden ist wenn ihr zu kurzes Pech gehabt wenn ihr zu langes Glück gehabt dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge lasst ein Like, Abo da teilt das Video auf Facebook oder wie auch immer und wir sehen uns Leute macht's gut, ciao bis zum nächsten Mal